Mir ist nichts wichtiger, als dass wir in die Umsetzung kommen. Ich sage das auch in meinen Vorträgen immer, es nützt überhaupt nichts, wenn ich jetzt hier informiere. Weil wenn ich dich informiere und du bist danach vielleicht klüger oder inspirierter, aber es passiert nichts, dann ist das vergeudete Zeit. Hallo und herzlich willkommen hier im Entfalte Deinen Laden Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Der Podcast ist für Ladeninhaber und Ladeninhaberinnen bzw. die, die es werden wollen. Das heißt, wenn du einen Laden hast, wenn du gerade überlegst, einen Laden zu gründen, dann bist du hier genau richtig und ich freue mich total, dass du heute hier dabei bist. Mein Name ist Johannes Albert von Entfalte Deinen Laden und ich kümmere mich darum, dass Läden besser sichtbar werden, Bekannte werden, mehr Kundschaft anziehen und sich so aufstellen können, dass sie wirklich in Erinnerung bleiben und dass gerade dann, wenn die Leute beispielsweise überlegen, ein Artikel, der in deinem Sortiment vorhanden ist, genau dann auch an deinen Laden denken und nicht zuerst irgendwo anders hingehen, in andere Läden, in andere Malls oder online kaufen, sondern dass dein Laden einen festen Ort in den Köpfen deiner Kundschaft hat. Wenn wir noch nicht miteinander verbunden sind, dann kannst du mir sehr gerne auf Instagram folgen. Einfach bei Instagram entfalte deinen Laden eingeben und dann sind wir miteinander vernetzt und ich freue mich total, dir dann jeden Tag ein paar Ideen, Methoden, Strategien oder aber auch den einen oder anderen freundlichen Tritt in den Hintern zu geben mit Ideen für deinen Laden. Und apropos freundlich Tritt in den Hintern, heute haben wir einen besonderen Podcast, denn der ist nämlich total kurz, weil ich gerne mit dir schlicht und ergreifend schauen möchte, wie wir in die Umsetzung kommen können. Und diejenigen, die schon mal in meinen Kursen waren, die vielleicht im Entfalte deinen Laden Club sind oder bei mir ein 1 zu 1 Coaching mal gemacht haben, die wissen, mir ist nichts wichtiger, als dass wir in die Umsetzung kommen. Ich sage das auch in meinen Vorträgen immer, es nützt überhaupt nichts, wenn ich jetzt hier informiere, weil wenn ich dich informiere und du bist danach vielleicht klüger oder inspirierter, aber es passiert nichts, dann ist überhaupt, dann war das vergeudete Zeit. Also wenn dieser Podcast dich hier nur informiert und danach sagst, okay, ich habe wieder was gelernt, aber danach passiert nichts, dann hat das eigentlich nichts gebracht. Und mein Ziel ist es aber, dass wir in die Umsetzung kommen, dass wir Dinge wirklich tun und verändern, denn immer dann, wenn sich Sachen verändern in deinem Laden, gewinnt das die Aufmerksamkeit der Menschen. Ja, also das heißt, wenn sich was in deinem Schaufenster, vor deinem Laden, in deinem Laden, auf Instagram, in den sozialen Medien allgemein etwas ändert, dann weckt das Aufmerksamkeit und wir wollen natürlich Aufmerksamkeit, um auch das Interesse der Kunden und Kundinnen zu wecken. Und dieser Podcast ist heute deswegen so kurz, weil ich dir nicht ganz viele große Ideen, Gäste bieten kann und möchte heute, sondern ich möchte dir einfach mal einen Impuls geben. Und der Impuls ist, dass wenn wir andere Ergebnisse wollen, müssen wir auch anfangen, anders zu handeln. Und der schlimmste Feind, den wir haben, gegen neue Ergebnisse, gegen bessere Ergebnisse, sind tatsächlich unsere eingeschliffenen Routinen. Und du kennst das ganz bestimmt von dir auch, dass wenn du morgens in den Laden gehst, du hast bestimmte Routinen, die du einfach machst und umsetzt. Und dann kommt der Tag auf einen zu mit allen möglichen Telefonaten, Bestellungen, Kunden und Kundinnen und das alles, was da so dazu gehört. Und kaum schaust du auf die Uhr, ist es schon wieder 18, 19, 20 Uhr und du fragst dich so ein bisschen, wo ist eigentlich der Tag hin? Wo sind eigentlich die Dinge hin? Die To-Dos, die ich eigentlich mal machen wollte, aber nie dazu gekommen bin. Und jeder von uns hat ja diese To-Dos, diese Aufgaben, die er eigentlich mal machen möchte. Kennst du das auch, dass du sofort an ein, zwei oder drei Dinge denkst, wenn ich sage, diese Dinge, die du eigentlich mal machen möchtest. Die Webseite aktualisieren, einen Stempel bestellen, die Buchhaltung ein bisschen früher abgeben, im Schaufenster ein Schild anbringen. Solche Sachen, die man eigentlich mal machen möchte, die man eigentlich mal machen müsste. Kennst du das auch? Und ich möchte dich heute in diesem kurzen Podcast um eine Sache bitten. Und zwar die, dass du einmal kurz überlegst, was sind denn jetzt zwei oder drei Sachen, die du eigentlich machen möchtest, die du eigentlich schon immer machen wolltest und überlegst, ja, es war nie wirklich Priorität da. Es geht häufig nicht um die Zeit, ja, Weil dieses, ich habe keine Zeit, ist in Wirklichkeit eigentlich, ich habe keine Priorität auf diese Dinge. Und ich möchte dich heute in diesem Podcast einladen, eine Sache, die du eigentlich schon lange mal machen wolltest, wirklich zu machen. Was wäre das? Wenn du jetzt mal so in dich gehst, überleg mal, was wäre eine Sache, die du schon lange mal machen wolltest, wo du sagst, die würde total helfen für die Sichtbarkeit meines Ladens. Sei es eben einmal die Webseite überprüfen, ob da alles stimmt. Vielleicht einen Text neu schreiben auf der Webseite. Vielleicht mal endlich ein Reel hochladen, was du schon lange nicht mehr gemacht hast. Oder im Schaufenster etwas tun. Oder einen neuen Newsletter schreiben. Oder irgendetwas umräumen. Vielleicht gibt es auch diese eine Ecke in deinem Laden, die du immer siehst, die keiner der Kunden und Kundinnen siehst, aber die dich so wahnsinnig stört, die du ändern möchtest. Ich möchte dich jetzt einladen, einmal darüber nachzudenken, was ist die eine Sache, die du unbedingt gerne dringend eigentlich umsetzen möchtest. Und ich möchte dich einladen, die Zeit, die wir gerade sparen, weil wir nicht so einen langen Podcast haben, sondern eben nur einen ganz kurzen, dafür zu nutzen, dir das in den Kalender zu schreiben. Denn nur die Dinge, die im Kalender sind, die werden auch umgesetzt. Weil alles andere ist nämlich wirklich, man müsste, man sollte, man könnte das irgendwann mal machen. Entweder einen Termin finden, wann du es machst, beziehungsweise das auch direkt umsetzen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und was mich natürlich sehr interessieren würde, ist, dass du, falls du bei YouTube guckst, einmal unten unter die Kommentare schreibst, was genau das ist, was du tust und ob du es wirklich getan hast, beziehungsweise ob du mir bei Instagram einfach bei Instagram Entfalte Deinen Laden auch da in die Kommentare schreibst, was du umgesetzt hast. Dieser Podcast ist dafür da, dass du Dinge umsetzt. Und das Schöne ist, und deswegen sage ich, mache einfach nur eine Sache, das Schöne ist, häufig kommt das Momentum dadurch. Bedeutet, wenn du allem was erledigt hast, dann kannst du, dann gibt es so ein Glücksgefühl, hey, Häkchen setzen, ich habe das geschafft. Und dieses Glücksgefühl, bewirkt nämlich total viel, weil häufig kommt dann die nächste Aufgabe, wo du sagst, ja, das mache ich jetzt auch noch. Ja? Also, ich möchte dich einladen, dir eine Sache zu überlegen und die jetzt umzusetzen, wenn du es jetzt gerade nicht umsetzen kannst, weil du gerade irgendwie beschäftigt bist oder beim Autofahren bist oder sowas, dann schreib dir das gerne, wenn du nicht mehr Auto fährst, in deinen Kalender und überleg dir genau, wann du das wirklich machen willst. Ich bin ganz gespannt, was du heute hier zusätzlich schaffst, von diesen Dingen, die man eigentlich mal machen sollte, aber nie dazu kommen und jetzt einfach sagen, okay, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt mache ich das endlich mal. Wir haben das im Entfalte Dein Laden Club auch gemacht, dieses Thema und eine Ladeninhaberin schrieb dann, hey, ich habe endlich wegen diesem Impuls meinen Stempel bestellt, meinen Firmenstempel, kommt ungefähr 15 Jahre zu spät, aber endlich habe ich ihn. und ist das nicht großartig? Was ist die Sache, die schon so lange liegen geblieben ist, wo du sagst, okay, die muss ich jetzt dringend mal machen, ich möchte dich jetzt einladen, das zu machen, deswegen verabschiede ich mich schon. Eine Sache möchte ich trotzdem noch sagen, wenn dich das angesprochen hat und wenn du gesagt hast, okay, das war jetzt hilfreich, ich mache das jetzt wirklich, großartig, dann feiere ich dich. Kennst du jemanden, der auch diesen Impuls braucht, dann schick diesen Podcast sehr, sehr gerne weiter. Mach das gerne, indem du das einfach per WhatsApp teilst oder wie auch immer ihr miteinander verbunden seid und dann gibt es vielleicht noch für jemand, für eine tolle Kollegin oder einen tollen Kollegen auch noch einen freundlichen, tritt in den Hintern von mir zum Thema Dinge einfach mal umsetzen, die schon lange liegen geblieben sind. In dem Sinne, ich wünsche dir einen großartigen Tag, sei und bleib großartig, dein Johannes Albert von Entfalte Dein Laden. Bis zum nächsten Mal.